Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Ja moin Leute, ne und damit herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage Wir waren genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben Nämlich, wo wir diesen Leuten hier eins aufs Maul geben Im Leben warf es ein flinker Angreifer, der Gegner mit Anmut und Schlechtigkeit überwältigt Ja, so kennen wir ihn Okay Okay Wir haben ja jetzt hier diesen Engage Modus Ach, das ist so schön, ne Unsere Rüstung sieht jetzt auch richtig toll aus Er ist nicht beritten, machen wir einfach den Sternenrott an Würde ich sagen, ne Das ist der Ripp Ich glaube, das ist Overkill Aber hat funktioniert Aber hat funktioniert So, der hauen wir auch noch eine Runde da Läuft doch Läuft doch Du willst es wissen, ne Easy Easy Daneben Daneben Und noch einmal Boah, sieht das cool aus, der Grid Das sah einfach nur nice aus Daneben 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 Denn Vai Er war trotzdem am Lied um ein Begang. Die wollen's wissen. Was sind das für komische Geschreiten? Scheinbar nicht. Ein Drache! Nee, der Drache scheint auf unserer Seite zu sein. Ich will das auch können. Ich will noch ein Drachenkind, ich will ein Drache werden. Wer denn sonst? Ja, ich freu mich auch. Ich habe einen Drachen jetzt im Team. Ich habe so lange erwartet. Keiner. Nee. Da ist die Gegner gut mitgebraten. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Tut mir leid. Ich bin sicher, dass du das nicht erwartet hast. Nein. Ich muss entschuldigen. Ich bin so überkommen mit Glück. Nein. Ich habe dich so hart wie ich konnte. Ich nehme das zu meine, dass du vergessen hast. Alles. Ich dachte, es wäre ein Kaktus. 1.000 Jahre alt, Leute. 1.000 Jahre alt, Leute. Ich werde dich zu sprechen, egal was du erinnerst. Ich bin einfach glücklich, dass du zurückkriegst. Mein... Still. Das ist nicht das, was du mit dir in Ordnung hast. Oh! Nicht über mich. Es ist genug Freude, um diese süße Stimme zu hören. Und um zu gingen zu deinen Augen. Welche liebliche Farben sind sie. Ich habe bestimmt was. Da. Da läuft etwas. Das ist meins. Ich habe Nüsse gefunden. Ja. Wir haben doch alle einen an der Nuss. Hallo, Vögelchen. Du bist eine schöne Taube. So großartig! Ihr stört euch nicht mehr so ins Schlachtblatt wie sonst, ne? Das ist eine Heilerin. Das sieht man ja. Und du bist ein Magier. Ja, der ist wieder in seiner Welt. In seinem Regen. Wie kam die jetzt überhaupt hier hin? Schön, dass ich im Schlummerland war, warum meine Mutscheibe weiterlebt. Es wäre nichts. Nächstes Kapitel. Let's head to the castle. Climb on my back. We live on the continent of Elios. Four realms surrounding a holy land at its center. Phyrenee, kingdom of abundance. Brodia, kingdom of might. Ellugia, kingdom of knowledge. Solm, queendom of freedom. The land of Lithos, home of divine dragons. And Gradlod, domain of the fell dragon, fallen to ruin. A thousand years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us. Heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. If his shadow stretches across the land again, then we must fight him anew, as we did in ages past. Fell dragon, Sombron, must be stopped. We are safe within these walls. See, this is Lithos Castle. It's beautiful. I'm glad you think so. Although you may not remember this place, I have long waited to welcome you back here. Welcome home. Oh, I'm home? Yes, you are. I feel overwhelmed with joy. I can cry. Queen Emera. I can cry. Lan,hans. Fran, Thank you for all you've done. You are worthy stewards indeed. You and your predecessors. Watching over my child all these years. I am ever so grateful. You are too kind. Yeah, it's awful nice of you to say that. I'm starting to feel wiser. ja die beiden die haben ja eigentlich nichts gelöst die waren eher gesorgte hindernis jetzt ein buch verloren aber die hellen hat nichts getan was ist das? die mussten? die mussten, die du warst auf den Grasland oh, ich mag nicht die Dinge ein bisschen nur die Seite von ihnen machte meine Blut zu schlau verstanden, so die Korrupten sind die Korpsen, die durch ein schweigem Worte die Felder wurden die als Soldaten in der Krieg vor dem Start des Konflikts, Elios hat die Liebe für eeons aber dann, eine schweigte Presse wurde Dann halten wir ihn einfach auf. Und jetzt kommen sie rein. Es hat schon lange Zeit, Lumiere. Das hat es. Danke für deine Hilfe gegen die Korrupte. Du bist willkommen. Aber natürlich, ich konnte nur helfen, weil dein Kind mich erinnert. Du wißt du, es ist möglich, dass die anderen jetzt awake sind. Wie ich bin. Vielleicht bist du richtig. Entschuldigung, aber... Was bedeutet das? Wer ist awake? Es gibt etwas, was ich dir zeigen. Ich weiß nicht. Es folgt mir. Was ist das Ort? Das ist der Ring Vault. Das ist, wo die Emblem-Ringe sind. Ach so, ich dachte, da kommt jetzt ne Videosequenz. Dem Arf war der Allerste, ne? Es gibt sechs Emblem-Ringe. Wow. In fact, es gibt zwölf. Sechs hier und sechs in den anderen Ländern. Als eine precautioner Maßnahme. Was denn? Hähn, 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 hähn. Mach ich hier welche einringen? Macht's ihnen. Ich bin bereit, um die Räume zu holen und zu nutzen, um sie für ihre eigenen Wurzeln zu tun. Das ist deshalb, dass sie überall auf dem Kontinent, nicht nur hier stehen. Genau. Die Räume offerten ihre Kraft nur einmal, jeden Jahr. In der Zeit, der Divine Dragon über die Elios über die Räume von der Räume von der Räume. Mit der Räume von 1.000 Jahren übernommen, habe ich das Ritual erstellt, aber wenn der Fell-Dragon nach der Räume ist, The emblems may be summoned before I arrive. Summoned? It is how one calls for an emblem from a ring. Just as you did earlier with Marth. Only those with royal dragon blood are capable of summoning. That includes you, my child. Oh, you must be talking about the phrase that popped into my head. An invocation, you mean? What was it? Shine on, emblem of beginnings. I wasn't even thinking about it. The words just fell from my mouth. That was when you summoned Marth. What was your focus? Your intention, when you spoke those words. I wanted to help Klan and Fram. I didn't want to lose them. I wanted to protect them. Your focus was on helping others. Remember that intention, whenever you summon emblems. Not to keep the power for yourself. Understand? To borrow, so you may protect others. I understand. Now. Why don't we try a practice battle? You must be a little rusty after all these years. Okay. What? How about we train here? You will be the one fighting. The emblem lends you their strength. You need to train your body and mind to unleash an emblems full power. The emblems full power. The emblems full power. The emblems full power. You will be the one fighting. The emblems full power. Queen Lumadra, even in a practice battle. I could not turn my weapon on you. Oh, Vendor. Please do put your heart into it. I know I will. Okay, unsere Mutter tritt uns jetzt offiziell in den Hintern. Moment. Ich bin dein Gott. Solange ich euch diesmal nicht komplett beschützen muss. Let's beginn. Okay. Das ist ein Übungskampf, ne? Ja, der hat einen Boden. Oder sie können Waffen auf uns von außen. Sieh dieses Waffen mit dem Hex. Hexwilder sind gegen Schweden. Schweden sind stark gegen Hexen. Hexen gegen Lanz. Und dann Lanz. Ja, das Waffen-Dreieck, ne? Wenn du nicht deinem Föhn verbrechen kannst, kannst du ihre Kampf-Stanz verbrechen. Versuch's! Streich mit deinem Schweden. Nachdem ihre Kampf-Stanz verbrechen wird, werden sie öffnen, um weiter zu attacken. So. Dich wollen wir zuerst angreifen, damit du dich bloß nicht wehren kannst. Das ist die Mission der Stewarden. Hier geht's! So. Geh, hau hier einer runter und gib den Bruch. Räche dich! Die können nicht kuntern. Well done. Ja, das war easy. Ja, das war easy. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, Magie hat mehr als nur eine Reichweite. Hm. Magie ignoriert auch die Gelände-Effekte. Ah, hier sieht man ganz praktisch in diesem Game. Ja, ich hab's gesehen. Wurde keiner verletzt, ne? Ferngehör. Ja, aber gut, ich hab auch keine Heilung. Ja, das ist keine gute Idee. Okay, wenn du nicht wehren willst, oder du brauchst etwas Patschen, leh auf mich. Es ist besser, wenn die Heiler gar nicht erst was abbekommen. Hm. Okay, ist sie so ein Adept? Ah, okay, da funktioniert auch nur mit voller HP. Einmal kurz gucken. Ah, okay, du bewegt dich wahrscheinlich eh nicht. Ah, gut doch. Wir werden eins. Ich bin hier. Ja. Ihr seid? Als steward? Das passt. ja ich verletze ich schon nicht sag ich extra weil du mir gar keinen schaden macht sterling du blitz wie trappier wir haben mutter verdroschen das war doch noch nie alles das war ja geschenkt ok von welchem von dem ist er im inviting an old friend to join us Siegert kenne ich jetzt nicht so direkt. Da ist ein blaues Feld. Mein Rappier ist effektiv gegen die Kavalier. Wie die Enemies da oben. Wenn wir uns engagieren, kannst du meine Wehpon benutzen. Versuch es gegen diese Föße. Was ist dieses blaue Feld? Emblem Energy. Ah, das lädt die Leiste voll auf. Okay. Äh, ich würde aber sagen, wir machen hier für heute Schluss. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.